Jay Khan macht Mark Terencey eine klare Ansage. Die beiden Sänger gründeten 2021 gemeinsam die Boyband Team 5. Zusammen mit drei weiteren Bandkollegen veröffentlichten sie mehrere Singles sowie ein Album und traten auch in Schoß auf. Vor einigen Tagen wurde Mark allerdings aus der Band geworfen. Den Grund dafür schilderte die Gruppe in einem Instagram-Statement. Unzählige Male haben wir Mark unser Vertrauen geschenkt, ihm immer wieder neue Chancen gegeben, ihn versucht zu unterstützen. Und immer wieder ließ er uns mit seinem fahrlässigen Verhalten und seinen Eskapaden hängen, schrieben die Musiker. Nachdem der 44-Jährige unentschuldigt bei einem großen Auftritt fehlte, kickten ihn seine Kollegen kurzerhand aus der Band. Das Verhältnis der einstigen Kumpels Mark und Jay Khan scheint tief zerrüttet zu sein. In Nachrichten, die Bild vorliegen, richtet der 40-Jährige emotionale Worte an seinen einstigen Freund. Ich kann es nicht glauben, dass du so ignorant, skrupellos und ehrlich gesagt kaputt bist, Mark. Du brauchst Hilfe und du suchst definitiv an den falschen Stellen.